Moin Moin und willkommen zum zweiten Spieltag mit dem SV. Sandhausen in der vierten Saison. Heute zu Hause gegen Augsburg. Stolarski hat den Vertrag verlängert. Mexiko will nicht. Paul Winter sagt, er wird gern spielen. Und damit gehen wir rein zu Hause gegen Augsburg. Wie in Weiß, der FCA in Neongrün. Und dann ist die Frage, was machen wir? Wir nehmen Dorscheid mal runter, bringen Winter von Anfang an. Und dann würde ich sagen, gehen wir genau so rein in die Partie nach Hause gegen Augsburg. Die Maschinen wird die Partie leiten. Es ist nebelig in Sandhausen. Der Spielball wird wieder eingestellt. Und damit schauen wir noch rein. Gibt es noch ein Lidspieler heute Nachmittag? Ja, Deverkusen gegen Bremen. Hertha, Lugast und Dortmund und Mainz empfängt Hamburg. Die Bayern auf Schalke und Wolfsburg empfängt Hannover. Und damit auf geht's zu Hause gegen den FC Augsburg. Und damit gehen wir rein ins Hartwaldstadion, zu Hause in unsere Festung, wo die Pokerstädter aus Augsburg zu Besuch sind. Eine Partie am zweiten Spieltag, die nicht wieder aussagekräftig ist, denn wir haben unser erstes Spiel in Gladbach gewonnen, dass es etwas überraschender war. Heute gegen Augsburg wird es dann diesen Überraschungserfolg. Vorzusetzen, weiterzuführen und zu zeigen, warum wir dann in dieser Partie wirklich, oder diese Saison hoffentlich nicht mit den letzten Saisons nichts in einem Stück zu tun haben wollen. Und das ist das Ziel in dieser Spielzeit. Kenan Kodrode, Neuzugang für den FC Augsburg, wo wird heute ein Debüt geben, da ist er im Fokus. 15 und das FCA. Und dann schauen wir mal um die Aufstellung. Ja, trotzdem noch mal, werfen wir nochmal weg drauf mit Z.R. im Tor. das tulaski konntiert parker da brahme winter heute für torschen fahrts kämpfer hilft sich und klappt ein sturm einem 4411 hier ist es ein viel hier wird auch ein enges 421 411 114 11 1 1 1 1 system und der fca ich habe kai wieder schon erkannt wenn ich mich nicht als getäuscht habe da der blotten kopf ob er sich in sich genau da muss die kassen dann tage ich hatte gar max chor und jagiran auf der 6 boba die ja rechts kann übrigens hier im sturm er wird sehr gut im sturm mp 2300 das fca Und damit stößt die FC Augsburg an in dieser Partie. Auf geht's! Mit Hinteregger, La Baffe wieder draufzuschieben, Kagiran, Obadia, außen ist ein bisschen Platz für Teigl, der wieder einmal mehrfach ist, aber das Startgut mit zurückgearbeitet. Und Franky, der auf Stornarski, der ins Zentrum für Winter, Winter für Lapa, Lapa für Jevdic, Jevdic, Gigi gewinnt den Ball da, Kajubi, gut dazwischen von Barami, der Ball erstmal Insighten ausklärt, gegen Max zum Einwurf nach gut 5 Minuten. Kajubi mit dem Einwurf, setzt sich durch, hat er jetzt Platz, Kajubi legt nochmal ab, kommt wieder mal wieder. Doppelpass Stolarski, die haben einen Gabelang bei Friedrich, der die Ball spielerisch klärt mit Stolarski, mit Winter. Auch das ist Sandhausen in diesem Jahr, sie wollen vieles spielerisch lösen, Neffert nochmal raus, Baccarada, Kempe, Leffert, Evdic, Winter unterstützt ihn immer wieder, versucht ist, du musst mal nach außen Stolarski, mit Wecky Gritsch von Max. Barami beim Einwurf für den SOS auf Stolarski, der wiederum für Barami, dessen geflankt, er findet den Kopf von Jevdic. Und der hat in der 11. Minute das Riesending. Jetzt sind wir völlig frei durch den Kopf, weil über die Latte solche Riesendinger müssten wir dann einfach reinmachen. Schöne Flanke vom Strafraum, genau da hin und Jevdic scheitert an seinem eigenen Unvermögen. Lapa schiebt drauf, kein Foul, an Kajubi nur Einwurf für Augsburg. Max mit dem Einwurf, Kajubi stellt sich vor, Lapa nochmal, Max Chor, Kagiran, Teigl, G, guter Ball, Kodro, der neue Stürmer, der FC Augsburg nach außen, Teigl, Ball abgelegt, Ball abgefälscht, etc. ist da wichtig, Abwurf kurz auf Franke, der für Rami, der mit dem Ball, Lapa bekommt das Foul, für sich gepfiffen an dieser Stelle. Und wir schauen mal, wir wechselt Strotmann zu, äh, von der Roma nach Barcelona. Man hat bestätigt bekommen, Winter, im Spielaufbau mit Meffertz, mit Winter, mit Dolasky, wieder Winter. Guter Ballmapper kommt nicht ran, hinter Egger, Kodro, Teigl, Gut drumherum ins Zentrum, Chor mit Kajiran, das ist dann wichtig, in einer Seite der offensive Part ist von den beiden Sechtern. Jetzt wird er aber gut zugestellt. Und dann ist das der Konter, Pediel Lapa ist durch, Lapa, eiskalt 1-0 für den Esmo ist. In der 21. Minute zuhause, Pediel Lapa, 13, aber der Kartoffpark, warum man ihn aus Bochum verpflichtet hat. Weil er im Abschluss starker Stürmer ist, der nicht lange wagt, den Abschluss sucht, was er körperlich durchsetzen kann, um ihn wieder unterzubereiten. Und damit noch einmal 20 Minuten, den dritten Saisontor. Die Führung für uns erzielt. Wie reagiert Augsburg jetzt auf dieses Tor? Katscha, Ghi, Obadir, Ghi. Und da zwischen von Paccarada, ein Wurf zum Einwurf geklärt, abseits sogar, Paccarada mit dem Kurzen Freistoß. Friedrich. Danke, oh, was das für ein Ball. Ghi, Stoloski wichtig, der dazwischen ist. und jetzt gibt es hier abstoß sogar zettel aus langer ball bei napper genau da wir haben ja geholt wird noch zu gewinnen berani stolz hinterläuft schon aus gewartet kurz ab der ecker gewinnt aber den ball was ein bisschen wichtig bitte ist franke co droht viel zu einfach vorbei wichtiger block und dann zettel der den ball pariert ist das wichtig gegen bober die er den abschluss hat eckball die flanke zettel core cajubi flanke und da ist die das der ausgleich für den fc augsburg und eine halbe stunde weil keiner die flanke unter jubi verhindert und auch im zentrum zu weit weg ist für die sie immer sein erstes saisontor macht giftig schularski winter herrfahrts winter berani geht vorbei wird von max gefault gibt den freistoß in der 34 minuten gibt die karte für max aber die gibt es für max noch obendrauf und dann schauen wir mal was noch bei rumkauf freikus berani groß flanke in richtung des kopfes aber nicht von lapa so dass busk japa richtig stark parieren muss die ft schwarz glaube ich der junge wenn er den kopfball aufsetzt berani ist wieder nicht so schlecht busk winter aber auch der ball ist wieder abgeblockt und damit müsste es erneut eckball geben der gibt es auch genau wir haben wieder noch mal der ist noch mal nicht schlecht giftig noch außen mehr fort nimmt die äußere laufbahn die flanke kopfballmöglichkeit nicht für die 25 mein max klärt nächster eckball eckball kopfballstolarski kopfballstolarski 2 zu 1 führung kopfballstolarski kopfballstolarski 2 zu 1 führung kopfballstolarski in der wettung rosa, obadir, kotro, gut dazwischen, kotro, pakarada, kempel, und der Einwurf jetzt für uns, pakarada, mit meffert, pakarada, stolarski, lapar, kommt nicht dran, max, stolarski, barami, evic, lapar, mirami, mirami, gute Flanke, muss greift den Ball ab, und dann ist hier Halbzeit. Und das 2 zu 1. Pause geht erstmal so für uns in Ordnung, ganz wichtig. Und damit gewinnen die Halbzeitstände. Leverkusen 1 zu 2 gegen Bremen, Hertha 2-0 hinten in Dortmund, Mainz 1 zu 1 gegen Hamburg, die Bayern 1 zu 1 gegen Schalke, Wolfsburg 1 zu 1 gegen Hannover. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein in die Pause. Ich genehmige mir vorher noch einen Schluck und dann sehen wir uns gleich. Und damit geht's weiter hier in Sandhausen. Winter, Stolarski, Meffert, Winter, Pacarada, Pacarada, und wir sind dazwischen, aber G zurückgelegt, Cacho, G, Cor, nach außen, Cajubi geht vorbei, Cajubi geht nochmal, Cajubi nochmal nach außen, Bobadia, Cajubi, Franke geblockt. Und Berami ist dazwischen. Berami legt sich den Ball zu weit vor und dann geht es bei den Seitenhausen. Jetzt schon den Hinweis auf das nächste Spiel, denn wir spielen unter der Woche in der Europa League. Zuhause gegen Gironda-Bordeaux in diesem Start, äh, Inter-Egger, Entschuldigung, nochmal die... Augsburger, Bobadia geht vorbei, Friedrich wichtig, Meffert, Jeftic, Lapa, Lapa... Kann ich den Katschern nicht ganz durchsetzen. Gut, dazwischen, Cor, Max, Berami mit dem Foul, er wird die elbe Karte bekommen, ja, so sieht's aus. Und damit gibt's Freistoß für den FC Jürgsburg. Und damit gibt's den jetzt einen Wolfsburg für 3 Uhr über Hannover nach einer Stunde in den Sachsen-Jurby. Und wir werden... Ich weiß nicht, ob ich's riskieren soll, Leute. Die Frage ist, haben wir überhaupt die Leute dafür bekommen? Wir können hier auf der Zehn spielen, Winter zentral, das passt. Jeftic könnte auch auf der Link spielen, Campe rechts im Mittelfeld, das wäre okay. Dann müsste man halt Meffert oder Winter runternehmen, um noch einen zweiten Stürmer zu bringen. Weshalb wir jetzt mal eigentlich umstellen auf die breite Raute. Mit Lapa, mit Jeftic auf der Zehn, Campe, dann links, Meffert da, Winter, Berami. Meffert wird rausgehen, dafür wird Fischer kommen. Und dann jetzt natürlich noch die taktischen Einstellungen, die wir jetzt noch kurz natürlich mitnehmen müssen. Und damit gehen wir rein, in dieser Partie. Und den Wechsel. Packerada hat den Einwurf, Campe. Packerada bekommt den Freistoß gepfiffen. Und damit Packerada mit dem Freistoß. Wir Winter. Bobadilla ist dazwischen. Winter durchgesteckt. Nachschuss 3, nein. Jeftic trifft das Tor nicht. Kein Abseits für Fischer. Und Jeftic scheitert am leeren Tor. Das ist bitter. Katscha. Chor. Leitner für Augsburg. Robertia. Packerada. Die Grätsche von Campe. Gut dazwischen. Und dann doch nicht. Und irgendwie das 2 zu 2. Durch Kodro. Der hier den Ausgleich macht, weil wir den Ball einfach nicht klären können. Und da ist der eine Kümel, die Ball dann nicht klären. Und Kodro. Macht das 2 zu 2 in der 67. Minute. Und wir werden jetzt mal mit diesem System hier versuchen, in dieser Partie mal versuchen, jetzt dieses System auszuprobieren und das geht tierisch nach hinten los. Kodro. Langer Ball. Zettler wird den Ball langschlagen. Fischer. Gegen Chor. Gut dazwischen, Franke. Eckball. Heftic. Er wird sogar mal jetzt ein bisschen was tun. Wir werden das mal so rum umstellen. Und dann schauen wir mal, wie diese Partie noch weitergeht. Und das ist der FC Augsburg über Kageran, über Chor, Leitner, Usami eingewechselt. Stolarski ist dazwischen. Und wir regeln hier bei jedem Einwurf Augsburg wechselt. Stolarski über Meinwurf. Winter. Ins Zentrum. Jovdic. Lava kommt nicht an. Bovardia kann den Ball für Augsburg gut spielen. Jevdic mit Wolski auf Piniel Mlava. Der ist jetzt nicht der Schnelltriff. 78 Minuten rum. Baccarada, Mlava. Natürlich, wenn er außen ist, kann er nicht um die Flanke verwerten, was ein bisschen bitter ist. Baccarada legt den Ball zurück. Und das ist die falsche Option in dieser Szene gewesen. Konter-Chance Augsburg über Gomboula. Gomboula setzt sich durch gegen von Linszentrum. Franke kriegt den Ball nicht geklärt. Zettler ist da wichtig. Ja, Wurf. Für Javdic mit Wolski. Der wieder mit Javdic. Der auf Fischer, der für Lava. Piniel Lava wird gelegt. Bei Hinteregger gibt den Freistoß. Und Lava hat sich hoffentlich dabei nicht verletzt. In dieser Partie. 85. Minute Freistoß für Sandhausen. Und da hat man jetzt aus 20 Metern mit Kämpe eine Waffe. Kämpe für Sandhausen. Kämpe mit dem Freistoß für Sandhallo. Darf ich mal oder was? Kämpe für Sandhausen. Kämpe, Kämpe Latte. Noch mal abgelegt. Abschluss. Wursten noch mal ins Zentrum. Max kann die Ball dann klären. Gomboula nach außen. Khor. Khor. Usami. Guter Zwischenwinter. Lapa durch. Will ihn durchstecken. An der Ferse bleibt der Ball hängen. Usami noch mal für Augsburg. Nach außen gelegt. Max Khor. Nochmal Max Stoller-Aski klärt. dazwischen einbruch augsburg wir kriegen den ball noch mal mit einbruch nachspielzeit drei minuten sind es noch da gibt es noch ein wurf kämpfer franke mit glück die hoffte chor beifall geben augsburg das ist jetzt bitte noch mal das faul von friedrich die auch hier die gelbe karte sehen wird mit in ordnung verhindert das augsburg mal den angriff bei z aber noch mal mit dem weiten ball die richtung laba die kopfball ablage findet aber nur gewinner der noch mal hinterpasst mit auf und dann ist hier schluss und am ende kenne sich sandhausen und augsburg in einem tor reich mit einem guten bundesliga gut will sich mit am zweiten spieltag zwei zu zwei und das ist eigentlich für uns bitte in dieser partie man of the match ist schlarski mit einer 9,0 und dann augsburg auch in 4 1 1 deswegen zum ende hin schüsse 9 zu 6 schüsse aufs tor 7 zu 4 weniger ball besitzt zwei kämpfe doppelt so viel schussgenau ich passgenauigkeit zehn prozent besser aber am ende ist es nur ein 2 zu 2 die bremer gewinnen lieber im fall schuhen 2 2 2 lieber gewissen dortmund 4 1 gegen die hertha hamburg 2 2 gegen mainstrike verliert wie die bayern und ja wir holen wie gesagt ein 2 zu 2 gegen augsburg zu hause wir gehen ins büro denn wir haben vier e mails pressekonferenz wir werden das nicht tun winter bedankt sich und und franke bedankt sich auch wir haben das scouting update aus polen sagt sich bis 93 bis 73 amatol polzlowski wird es nicht sein und wir werden an diesem 15 jetzt den scout bericht werden unsere jugend scouts gleich 15 10 kommen die erst weg also wir sind erst wir sind ja erst im september ich dummer trottel und damit wie gesagt dank wenn ich den part sagt danke fürs zuschauen hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten part zum ersten spieltag in der gruppe l in der europa league zu hause gegen giron da und bis dann bleibt gesund haut rein und ciao